Was ich nicht akzeptieren kann, ist das 0-4, 0-5. Da muss man dann auch als Mannschaft auf dem Platz erkennen, dass wir die Räume nicht mehr aufmachen dürfen. Da haben wir dann zum Teil hinten 2 gegen 2, sogar 2 gegen 3 gestanden. Das sind Situationen, das sollte uns nicht passieren. Ich denke, das müssen wir auch nochmal kritisch analysieren, weil 0-5 tut dann nochmal doppelt weh. Und von daher war das dann natürlich für uns ein gebrauchter Pokalabend heute. Für mich war wichtig einfach, dass wir den Schwung von Sonntag mitgenommen haben und hungrig geblieben sind. Bloß jetzt wollen wir das natürlich für Samstag nochmal bestätigen. Aber die Mannschaft hat sich das auch erarbeitet und den Mut gehabt und weiter an sich geglaubt.